Das Putin-Interview hat die westlichen Politiker nicht nur komplett alt aussehen lassen, sondern sie auch in eine massive Erklärungsnot gebracht. Und damit herzlich willkommen hier vom Kanal Russische Welt TV und zu diesem weiteren Video. Ja, in der Haut der westlichen Politiker möchte ich persönlich jetzt gerade nicht stecken, nachdem sie ja von Präsident Putin im Interview so dermaßen vorgeführt worden sind. Also einerseits können sie ja das Putin-Interview vor allem auch nach dieser Resonanz nicht mehr ignorieren. Andererseits sind sie aber auch nicht in der Lage, dem, was Putin gesagt hat, irgendetwas wirklich argumentativ und sachlich entgegenzusetzen. Also ihr größtes Problem ist ja hier, dass sie ja hier in diesem Fall nicht einfach einen vom Pferd erzählen können, jetzt wo die Bürger des Westens einfach selbst alles anschauen und nachprüfen können. Und das ohne die Filter der westlichen Propaganda. Und entsprechend hilflos ist natürlich auch deren Reaktion. Gut, mit dem US-Präsident Biden, also dem Chef sozusagen der westlichen Welt, da brauchen wir gar nicht erst mit anfangen. Der hat jetzt offensichtlich ganz andere Probleme. Fangen wir lieber direkt an mit dem lieben Herrn Bundeskanzler Scholz. Ich scholze jetzt! Der hat nämlich auf der Plattform X Folgendes dazu geschrieben. Der russische Präsident verhöhnt, was Russland wirklich in der Ukraine anrichtet und liefert eine völlig abstruse Begründung über die Ursachen dieses Krieges. Umso klarer ist für uns, wir stehen weiterhin fest an der Seite der Ukraine. Okay, also schön und gut, lieber Herr Scholz. Aber haben Sie denn außer den altbekannten Floskeln auch irgendwie argumentativ irgendetwas Konkretes dem entgegenzusetzen, was Präsident Putin gesagt hat? Und irgendwelche konkreten Argumente, mit denen Sie Putins Aussagen irgendwie widerlegen können? Also ich denke mal, viele würde ja sehr interessieren, was jetzt eigentlich mit den Nord Stream Pipelines ist. Also anderthalb Jahre später gibt es ja immer noch kein Ergebnis dieser Untersuchungen, die ja angeblich laufen. Weil ich meine, bei irgendwelchen anderen Vorfällen, beispielsweise die Ereignisse im Vorort von Kiew, dessen Name hier nicht genannt werden darf, oder jetzt im Falle von Nawalny und so weiter, da wusstet ihr doch schon nach 20 Minuten genau Bescheid, dass es die Russen waren. Und bei diesem beispiellosen Akt, also faktisch ein Akt der Aggression, herrscht anderthalb Jahre später immer noch Funkstille. Schon merkwürdig. Daran kann ich mich nicht erinnern. Als nächstes haben wir den kanadischen Premierminister, den Herrn Justin Trudeau. Da gab es ja diesen skandalösen Vorfall im kanadischen Parlament, als das kanadische Parlament inklusive des Premierministers Trudeau, inklusive auch Herrn Zelensky, der da zu Gast war, einem SS-Veteran applaudierte, was ja Präsident Putin bekanntlich auch in seinem Interview mit Tucker Carlson ebenfalls thematisiert hat. Und als Trudeau danach gefragt worden ist, als er darauf angesprochen wurde von einem Journalisten, kamen auch hier wieder genau dieselben alten Floskeln. Von wegen, wir unterstützen die Ukraine, russische Propaganda und so weiter. Aber zum Thema hat er überhaupt nichts sagen können. Und zu guter Letzt das Highlight schlechthin, nämlich der ehemalige Premierminister von Großbritannien, der Herr Boris Johnson, der ja unter anderem laut Präsident Putin dafür verantwortlich war, dass die Verhandlungen in Istanbul damals geplatzt sind. Und auch er sah sich gezwungen, auf das Interview von Präsident Putin zu reagieren und hat sich extra per Videobotschaft zu Wort gemeldet. Also wie man so schön sagt, getroffene Hunde bellen. Aber auch hier null Argumentation, wieder dieselben Floskeln. Und natürlich hat er auch erwartungsgemäß gesagt, das ist ja ganz, ganz schlimm, dieses Interview. Tucker Carlson ist ja ganz schlimm, guckt euch das bloß nicht an. Dabei hätte er ja einfach nur kurz irgendwas zu den Vorwürfen sagen können und die irgendwie widerlegen können. Also wenn es doch erfunden ist angeblich, wenn das alles gelogen ist, was ihm vorgeworfen wird, dann sagt doch einfach, Herr Johnson, dass alles gelogen ist, dass wir uns ja alle einig waren, dass wir die Friedensverhandlungen in Istanbul vollkommen unterstützt haben, auch die Einigungen komplett unterstützt haben. Aber das hat dann der böse Putin abgelehnt. Aber wir waren ja komplett dafür. Aber auch da, wieder einmal komplette Funkstille. Nur Floskeln, keine Argumentation. Also wir sehen hier ganz klar und deutlich, dass die führenden westlichen Politiker offensichtlich nicht in der Lage sind, den Aussagen von Präsident Putin irgendwie auch nur ansatzweise, argumentativ irgendetwas entgegenzusetzen. Stattdessen, wie gesagt, die alten Floskeln und Mantras, von wegen russischer Propaganda. Wir werden die Ukraine unterstützen, solange es nötig ist oder solange es möglich ist. Ich bin da schon durcheinander, wie genau diese Floskel jetzt konkret lautet. Aber zu mehr sind sie ja offensichtlich nicht imstande. Ich habe ja schon gestern gesagt, als ich über die westliche Propaganda, auch das Niveau der westlichen Propaganda gesprochen habe, dass mich das alles an die Parteiversammlungen der Kommunistischen Partei in den letzten Jahren der UdSSR erinnert. Wo dann alle irgendwelche auch sinnlosen Floskeln dahergeredet haben, von wegen Ruhm der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Dann kommt jemand anders, der sagt dann auch, ja, Ruhm der Kommunistischen Partei und so weiter. Alle applaudieren. Nur ist halt jetzt anstelle der Floskel Ruhm der KPDSU die Floskel, wir unterstützen die Ukraine getreten. Was übrigens auch schon von den glühendsten Anhängern inzwischen schon verhöhnt wird, als einfach eine leere Floskel. Also die Parallelen sind hier völlig offensichtlich und das Ergebnis bzw. der Ausgang all dessen ist ja bekannt. Und ob die jetzigen westlichen Eliten dazu in der Lage sind, das Ruder noch irgendwie herumzureißen, da habe ich auf jeden Fall meine Zweifel. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.